In diesem Video erkläre ich dir einfach und verständlich die Grundlagen von Microsoft Excel. Das Video richtet sich dabei an jeden, der schnell eine allgemeine Einführung in Excel braucht und keine Zeit hat, sich direkt ein stundenlanges Tutorial anzusehen. Wenn du die Zeit hast, dann habe ich dir hier auch unseren kompletten Excel-Grundkurs verlinkt. Trotzdem sprechen wir in diesem Video über alle wichtigen Konzepte, so dass man mit Excel direkt loslegen kann. Fangen wir an und öffnen das Programm. Wenn ich Microsoft Excel öffne, dann bekomme ich normalerweise diese Ansicht. Hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum einen eine neue Excel-Datei erstellen, indem ich hier leere Arbeitsmappe auswähle. Ich kann eine kürzlich geöffnete Datei öffnen, die hier unten aufgelistet ist. Oder ich kann mit Öffnen eine beliebige Excel-Datei auf meinem PC öffnen. Ich möchte jetzt einmal eine leere Arbeitsmappe erstellen und klicke daher die erste Option an. Dann bekommen wir diese leere Excel-Datei, die zunächst einmal nicht auf meinem Computer gespeichert wird. Wenn ich meine Datei speichern möchte, dann kann ich entweder hier oben auf das Diskettensymbol klicken und dann einen Speicherort auswählen. Oder ich kann alternativ das Tastaturkürzel STRG S verwenden und bekomme dann genau dieselbe Option. Eine Excel-Datei wird oft auch als Excel-Arbeitsmappe bezeichnet. Diese Analogie kommt daher, dass wir wie in einer echten Arbeitsmappe auch in dieser Mappe verschiedene Arbeitsblätter haben können. Wir sehen in unserer neuen Datei, dass wir aktuell genau ein Arbeitsblatt haben, nämlich Tabelle 1 hier. Ich kann mit dem kleinen Plus daneben allerdings immer neue Blätter hinzufügen. Ich kann jedes dieser Arbeitsblätter auch umbenennen, indem ich einen Doppelklick mache und dann könnte ich hier zum Beispiel Daten schreiben und mit der Enter-Taste bestätigen. Diese beiden Arbeitsblätter, auch wenn sie aktuell genau gleich aussehen, da beide keinen Inhalt haben, können jetzt mit unterschiedlichen Daten befüllt werden. Jedes Arbeitsblatt enthält viele, viele Zellen. Jede dieser Boxen hier, die ich mit meiner Maus auswählen kann, ist eine Zelle. Und in dieser Zelle kann ich ganz einfach Werte hinzufügen, Zahlen oder Text, indem ich sie nur auswähle und einfach anfange zu tippen. Ich kann also hier beispielsweise eine Zahl eingeben, mit der Enter-Taste bestätigen und dann habe ich diesen Wert in die Zelle eingetragen. Ich kann Werte in einer Zelle jederzeit ersetzen, indem ich die Zelle erneut auswähle und dann einfach wieder tippe. Ich muss also zunächst nichts löschen oder doppelklicken. Ich kann einfach wieder tippen und dann kann ich den Wert in dieser Zelle ersetzen. Jede Zelle in Excel hat einen speziellen Namen. Kannst du dir vielleicht vorstellen, welchen Namen diese Zelle hier hat? Diese Zelle ist die Zelle C3. Das bedeutet Spalte C, Reihe 3. Und so hat jede Zelle eben einen eindeutigen Namen, den wir ihr zuordnen können. Den Zellennamen finden wir auch, wenn wir die Zelle ausgewählt haben, hier links oben. Hier steht nämlich C3 im Namensfeld. Dieses Namensfeld kann ich auch benutzen, um ganz einfach und schnell zu einer bestimmten Zelle zu springen. Ich kann hier also einfach etwas eingeben, sagen wir zum Beispiel mal B50 und das mit der Enter-Taste bestätigen. Dann springen wir automatisch in diese Zelle nach unten, nach B50. An dieser Stelle können wir auch gleich ein nützliches Tastaturkürzel lernen. Wir können jederzeit wieder zurück an den Anfang unseres Arbeitsblatts springen, indem wir die Tastenkombinationen Steuerung und Position 1 verwenden. Position 1 ist normalerweise auf der 7 auf dem Nummernpad bei einer Tastatur. Also Steuerung und Position 1 bringt uns zurück in die Zelle A1, also ganz an den Anfang unseres Arbeitsblatts, egal wo wir das drücken. Wenn ich eine Zelle auswähle, die einen Inhalt hat, dann sehe ich diesen Inhalt hier oben in der Formelleiste. Dort steht in diesem Fall Hallo Excel, also genau das, was in der Zelle steht. Bei Werten ist das relativ einfach. Ich habe also hier in meiner Zelle C3 den Wert Hallo Excel, in meiner Zelle D könnte ich zum Beispiel den Wert 20 haben und dann sehe ich immer genau diesen Wert hier oben stehen. Es gibt in Excel allerdings auch Formeln, die wir verwenden können. Und so könnte ich zum Beispiel in meiner Zelle E3 hier schreiben, ist gleich und dann die Zelle C3 auswählen. Das Ganze kann ich mit Enter bestätigen und jetzt bekomme ich in der Zelle E3 ebenfalls den Wert Hallo Excel. Wenn ich allerdings oben in die Bearbeitungsleiste hier schaue, dann sehe ich, dass hier als Wert nicht Hallo Excel steht, sondern C3. Das ist eine Formel und diese Formel wird mir oben in der Bearbeitungsleiste angezeigt, auch wenn die Zelle weiterhin einfach nur den Wert anzeigt. Man kann in Excel ganz einfach mehrere Zeilen oder mehrere Spalten auswählen. Alles, was ich dafür tun muss, ist mit meiner Maus klicken und dann über die entsprechenden Zeilen oder über die entsprechenden Spalten ziehen. Und schon kann ich diese einfach auswählen. Alternativ dazu kann ich auch einen Shortcut verwenden, in dem ich zum Beispiel mich in einer Zelle befinde und dann die Steuerung, die Leertaste drücke, um die ganze Spalte auszuwählen. Jetzt kann ich die Shift-Taste, also die Umschalt-Taste und die Pfeiltasten benutzen, um mehrere Spalten auszuwählen. Wenn ich dann einen Rechtsklick mache, habe ich verschiedenste Optionen. Ich kann zum Beispiel Zellen einfügen auswählen. Wenn ich das mache, dann werden mir die entsprechende Anzahl von Spalten, die ich gerade ausgewählt habe, hier eingefügt. Ich bekomme also in diesem Fall drei neue Spalten. Und mein Inhalt wird einfach nach rechts verschoben. Genauso kann ich einen Rechtsklick machen und Zellen löschen auswählen und dann mache ich das Ganze eben wieder rückgängig. Auch hier noch ein nützlicher Shortcut, um diese Zellen einzufügen und wieder zu löschen, kann ich auch einfach Steuerung und Plus drücken, um diese Zellen einzufügen. Und man hätte es wahrscheinlich fast erraten, Steuerung und Minus, um die Zellen wieder zu entfernen. Das geht dabei für Spalten, wie auch für Zeilen. Ich kann also zum Beispiel auch hier wieder verschiedene Reihen auswählen und wenn ich jetzt Steuerung und Plus drücke, werden mir diese neuen Zellen eingefügt. Mit Steuerung und Minus werden die neuen Zellen wieder gelöscht. Bestehende Inhalte werden dadurch nicht überschrieben in Excel, sondern einfach nur verschoben. Ein Excel-Arbeitsblatt hat über 16.000 Spalten und über eine Million Reihen. Das Ganze können wir relativ leicht sehen, indem ich einmal die Steuerung-Taste drücke und dann die Pfeiltaste nach unten. Dann springen wir ganz nach unten und sehen hier, dass wir in der Zeile 1.048.576 sind. Genauso kann ich ganz nach rechts springen, also in die letzte Spalte, indem ich Steuerung und die Pfeiltaste nach rechts drücke und dann sehe ich, dass wir jetzt in der Spalte XFD sind. Das Ganze wird dann dementsprechend immer mit einem weiteren Buchstaben durchs Alphabet durchnummeriert und wir sind hier, wie gesagt, bei über 16.000 Spalten und über eine Million Reihen. Jetzt sind wir natürlich ganz am unteren Ende unseres Arbeitsblatt und möchten wahrscheinlich schnell wieder an den Anfang zurück. Den Shortcut haben wir gerade schon gelernt. Vielleicht weißt du es ja noch. Wir müssen jetzt Steuerung und die Position 1-Taste drücken und dann sind wir direkt wieder zurück in unsere Zelle A1. Neben den einzelnen Zellen, deren Namen wir ja schon kennengelernt haben, die sich immer aus dem Buchstaben der Spalte und der Zahl der Reihe zusammensetzen, gibt es in Excel auch sogenannte Bereiche. Ein Bereich kann zum Beispiel so etwas sein, also eine bestimmte Anzahl von zusammenhängenden Zellen. Den Bereich kann ich entweder auswählen, indem ich mit der linken Maustaste klicke und das Ganze dann ziehe oder ich wähle einfach eine Zelle aus und kann dann die Umschalttaste gedrückt halten und mit den Pfeiltasten diesen bestimmten Bereich markieren. Bereiche können wir dabei ebenfalls mit einem Namen versehen. Aber was ist dieser Name? Der setzt sich zusammen aus der Zelle ganz links oben in unserem Bereich und der Zelle ganz rechts unten in unserem Bereich, getrennt durch einen Doppelpunkt. In diesem Fall hätten wir also die Zelle C3 ganz oben und die Zelle E6 ganz unten. Der Name dieses Bereichs wäre also C3 Doppelpunkt E6. Und so werden wir das später sehen in zum Beispiel Formeln, wenn ein bestimmter Bereich von Zellen verwendet wird. Dann wissen wir also, okay, C3 Doppelpunkt E6 bedeutet alle Zeilen von C3 bis E6. Dieser Bereich muss dabei nicht zweidimensional sein, wir könnten also einfach auch nur so einen Bereich haben. In diesem Fall wäre das dann ebenfalls die Zelle ganz links oben und die Zelle ganz rechts unten. Ist natürlich in einer Ebene, aber dieser Bereich wäre dementsprechend C3 bis C7 und das wird geschrieben C3 Doppelpunkt C7 für diesen eindimensionalen Bereich. Ein Bereich von Zellen ist ein sehr wichtiges Konzept in Excel. Wie gesagt, diese Schreibweise werden wir auch häufiger sehen, gerade in Formeln und dann sollten wir wissen, dass es sich hierbei um den entsprechenden Bereich von Zellen handelt. Wenn ich mich in Excel einfach nur mit meiner Maus bewege, dann haben wir diesen Cursor, also dieses große weiße Plus und das ist einfach der Auswahlcursor. Mit ihm kann ich in verschiedene Zellen klicken, ich kann Bereiche markieren, wie wir das gerade eben schon getan haben und kann einfach Dinge auswählen. Es gibt allerdings auch noch weitere Cursor in Excel und einen davon sehen wir, wenn wir eine Zelle haben, wenn wir uns an den Rand bewegen, also an die grüne Linie. Dann bekommen wir diesen Cursor mit den vier schwarzen Pfeilen und das ist der Cursor zum Bewegen. Ich kann jetzt also diesen Inhalt nehmen und irgendwo anders hin bewegen. Ich klicke also, wenn ich diesen Cursor habe am Rand, ziehe das irgendwo anders hin in eine andere Zelle und dann wird mein Inhalt in diese Zelle verschoben. Genau dasselbe kann ich mit einer ganz normalen Ausschneiden und Einfügen Operation machen, wenn ich also STRG X drücke, um etwas auszuschneiden und dann in einer anderen Zelle STRG V, um es wieder einzufügen. Dann ist das im Prinzip nichts anderes, wie wenn ich den Bewegen Cursor hier nehme am Rand einer Zelle und diesen Inhalt dann woanders hin bewege. Es gibt noch einen weiteren Cursor, der wichtig ist und den bekommen wir, wenn wir an den rechten unteren Rand gehen, wo dieser kleine Punkt ist. Dann haben wir dieses schwarze Plus und das ist der Füll- oder Ausfüllen Cursor in Excel. Was können wir damit tun? Wenn ich hier mit der Maustaste klicke, halte und nach unten ziehe, dann fülle ich das Ganze weiter aus. In diesem Fall habe ich Text und dementsprechend wird der Text einfach in die entsprechenden Zellen übernommen. Hier hatten wir ja in unserer Zelle E3 eine Formel, ist gleich D8 in diesem Fall. Wenn ich das hier nehme und nach unten ziehe, dann wird diese Formel ausgefüllt. Der Text sieht zwar gleich aus, aber wir schauen uns das an, D8, D9, D10. Das wird einfach nach unten durchkopiert. Zwei Dinge, die hier gerade auch passiert sind, die wir gar nicht so aktiv gemacht haben. Zum einen hatte ich ja meinen Inhalt aus meiner Zelle C3 nach unten hier verschoben und wir sehen, dass Excel automatisch das C3 hier mit D8 ersetzt hat, sodass das immer noch eine gültige Referenz ist. Außerdem habe ich jetzt hier für meine Formeln, die ich nach unten kopiert habe, immer auch entsprechend eine Reihe weiter nach unten korrigiert. Das bedeutet, wir haben mit ist gleich D8 gestartet. In der Reihe darunter bekommen wir ist gleich D9, ist gleich D10 und ist gleich D11. Also einfach, das wird mit diesem Fillcursor mit nach unten durchkopiert, sodass wir das nicht hier einfach kopieren, sondern einfach wirklich Reihe für Reihe auch weitergehen. Normalerweise haben alle Zellen in Excel dieselbe Standardgröße und für viele Anwendungen reicht das auch aus. Gerade bei Zahlen haben wir hier ja schon relativ viel Platz, den wir ausnutzen können. Aber wie sieht das aus, wenn wir mal einen längeren Text haben? Dazu kann ich in diese Zelle mal einen langen Text einfügen und dann sehen wir, dass dieser Text natürlich nicht in diese Zelle passt. Er wird zwar vollständig angezeigt, aber dieser komplette Text steht eigentlich nur in der Zelle D2. Sehen wir auch ganz einfach in der Bearbeitungsleiste. Hier steht dieser Text und wenn ich die Zelle E2 auswähle, dann sehe ich, das Ganze ist leer. Und ich könnte sogar in die Zelle E2 etwas schreiben, zum Beispiel 200 und dann wird mein Text hier abgeschnitten und ich kann das gar nicht mehr sehen. Nur wenn alle Zeilen hier frei sind, neben dem langen Text, dann wird dieser einfach weiter in die nächsten Zellen geschrieben. Ich kann die Größe der Zellen allerdings anpassen, das Ganze aber nur entweder für die gesamte Spalte oder für die gesamte Reihe. Das bedeutet, ich könnte hier für die Spalte D, die wir ja breiter machen müssen für unseren Text, mich mit dem Cursor an die Seite bewegen, bis ich dieses Icon bekomme mit den zwei Pfeilen und dann kann ich hier einfach ziehen, um die Breite zu verändern. Oder ich kann einfach, wenn ich dieses Icon hier habe, einen Doppelklick machen und dann wird die Breite der Zelle automatisch angepasst, sodass der längste Inhalt in dieser Spalte gerade so reinpasst. Jetzt sehen wir also, dass dieser lange Text in dieser kompletten Zelle steht. Aber vielleicht möchte ich nicht, dass meine ganze Spalte deswegen so groß wird. Und ich kann das dementsprechend nochmal rückgängig machen und diese Spalte wieder verschmälern. Ich sage, ich möchte einfach, dass dieser Text mit Zeilenumbrüchen geschrieben wird. Jetzt kann ich hergehen und im Prinzip dasselbe mit der Reihe tun. Ich bewege mich an den Rand der Reihe, bis ich dasselbe Icon bekomme und ziehe hier ein bisschen nach unten. Dann sehe ich allerdings, obwohl ich das tue und obwohl ich hier mehr Platz für die gesamte Reihe bekomme, wird mein Text nicht umgebrochen, sondern geht weiter über die Zelle hinaus. Dafür gibt es eine eigene Version. Ich muss einfach nur die Zelle auswählen. Und dann, wenn ich nach oben in meinen Menüband schaue, unter dem Punkt Start, finde ich hier bei Ausrichtung dieses Icon für Textumbruch. Und wenn ich das einmal anklicke, dann sehe ich, dass mein Text jetzt umgebrochen wird. Ich sehe allerdings auch, dass das so immer noch nicht ganz in meine Zelle passt. Jetzt kann ich allerdings denselben Trick machen wie gerade eben für die Spalte. Ich bewege mich in der Reihe an den Rand, mache einen Doppelklick und dann wird das automatisch so angepasst, dass mein Text komplett in diese Zelle passt. In Excel arbeiten wir eher selten mit sehr langen Texten in Zellen, aber das sind eben die Möglichkeiten, die wir haben, um die Zellengröße entsprechend anzupassen, wenn es doch einmal der Fall sein sollte. Wenn ich das dann nicht mehr haben möchte, dann kann ich einfach diesen Textumbruch wieder anklicken, dann wird das ganz rückgängig gemacht und ich bin wieder bei der Ausgangsposition. Da wir es gerade schon angesprochen haben, wollen wir jetzt einen Blick auf das Menü von Excel werfen oder das, was wir geläufigerweise als Menüband bezeichnen. Das gibt es in vielen anderen Office-Versionen auch. In Excel haben wir hier extrem viele Optionen. Wir haben oben verschiedene Reiter, die ganz unterschiedliche Menüs beinhalten, mit vielen verschiedenen Dingen, die wir machen können. Der wahrscheinlich wichtigste Reiter ist dabei Start. Und hier haben wir die grundlegenden Optionen für Formatierung, unseren Text, Ausrichtung, Formatvorlagen, Zellen und ganz einfache Operationen wie Sortieren und Filtern. All das finden wir im Startband. Unter Einfügen haben wir weitere wichtige Dinge. Hier können wir zum Beispiel Diagramme einfügen, was in Excel ja auch sehr häufig verwendet wird. Wenn ich mich im Menüband mit meiner Maus auf irgendeine Option bewege, dann bekomme ich in der Regel dieses kleine Pop-Up, wo ich Erklärungen dazu bekomme, also was kann ich hier tun. Und normalerweise wird hier direkt auch immer das Tastaturkürzel angezeigt. Also für eine Tabelle sehen wir hier zum Beispiel STRG T. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier ein bisschen durch die verschiedenen Reiter klickt und sich anschaut, was für Optionen man hier hat. Vor allem für Neulinge mit Excel kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, einmal das Formeln-Tab hier oben zu öffnen. Und hier haben wir nach Kategorien sortiert, verschiedenste Formen, die wir in Excel verwenden können. Und da können wir einfach mal ein bisschen durchstöbern und herausfinden, was wir alles an Optionen haben. Außerdem haben wir mit Funktion Einfügen hier die Option, direkt per Text nach etwas zu suchen. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte etwas summieren, dann kann ich hier einfach Summe eingeben und bekomme von Excel verschiedene Funktionen vorgeschlagen, die ich mir anschauen kann. Es gibt einige Bereiche in unserem Menüband, wo nicht alle Optionen sofort angezeigt werden. Das bedeutet, wir haben hier einmal die grundlegenden Optionen und finden dann hier rechts unten dieses kleine Icon. Zum Beispiel auch hier. Wenn ich das anklicke, dann bekomme ich in der Regel ein neues Fenster. Hier werden mir einige der bereits im Menüband vorhandenen Funktionen angezeigt, allerdings auch noch weitere Optionen. Also wenn man mal etwas sucht und im Menüband nicht findet, dann lohnt es sich oft, auf dieses Icon zu klicken. Ich kann meinen Menüband ausblenden oder nur bei Bedarf einblenden, wenn ich sage, ich möchte hier mehr Platz in meinem eigentlichen Arbeitsbereich haben. Alles, was ich dazu tun muss, ist hier ganz auf der rechten Seite auf diesen Pfeil klicken und dann kann ich zum Beispiel nur Registerkartenanzeigen auswählen. Sobald ich das mache, rutscht eben alles nach oben und ich habe jetzt nur noch, wenn ich etwas anklicke, mein Menüband und kann das Ganze dann hier mir dementsprechend nur bei Bedarf einblenden lassen. Ich kann das rückgängig machen, indem ich wieder auf den Pfeil hier klicke oder indem ich einfach einen Doppelklick auf einem meiner Reiter mache und dann wird mein Menüband wieder vollständig angezeigt. Ich klicke nochmal kurz auf den Pfeil. Ich habe hier auch noch den Vollbildmodus. Wenn ich das mache, dann sehe ich, dass ich mein Menüband gar nicht mehr oben habe und ich kann dann hier einfach auf die drei Punkte klicken, um mein Menüband zurückzubekommen. Ich kann dann wieder auf den Pfeil hier klicken und Menüband immer anzeigen auswählen und dann bin ich wieder bei der Standardansicht. Es gibt einen Reiter in unserem Menüband, der sich vom Rest deutlich unterscheidet und das ist der Dateireiter hier. Denn hier bekomme ich kein anderes Menüband angezeigt, sondern wenn ich auf Datei klicke, dann komme ich sozusagen in das Hauptmenü von Excel. Ich habe hier wieder die Möglichkeit, eine neue Datei anzulegen, eine bereits bestehende Datei zu öffnen oder ich kann meine aktuelle Datei speichern oder eine Kopie speichern. Außerdem habe ich Optionen zum Drucken, Exportieren und so weiter. Ich kann Informationen zu meinem Konto ansehen und finde Optionen von Excel, wenn ich hier Einstellungen vornehmen möchte. Also wie gesagt, hier verlassen wir eigentlich unsere Excel-Datei und bekommen sozusagen das Hauptmenü von Excel selbst. Ich komme jederzeit zurück zu meiner Arbeitsmappe, indem ich ganz links oben auf den Pfeil klicke und dann können wir unsere Datei weiter bearbeiten. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, wie wir Daten tatsächlich in Excel eingeben können, vielleicht etwas praxisnah mit einem konkreten Beispiel. Und dazu wechsle ich hier unten nochmal mein Arbeitsblatt von Tabelle 1, wo wir gerade die ganze Zeit gearbeitet haben, zu meinem neuen Arbeitsblatt Daten, das wir zu Beginn erstellt haben. Und hier sehen wir jetzt direkt, dass wir natürlich andere Informationen haben. Ich habe hier oben schon mal einen Titel reingeschrieben, nämlich Umsatz nach Standorten 2023 und ich möchte jetzt hier nach verschiedenen Standorten Umsätze auflisten. Das Ganze möchte ich dabei für die jeweiligen Monate tun und kann also hier zum Beispiel mal beginnen, indem ich Januar schreibe. Wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann lande ich in der Zeile darunter. Also ich springe in die Zelle darunter. Ganz interessant zu wissen, wenn ich statt der Enter-Taste die Tab-Taste drücke, dann komme ich in die Zelle nach rechts. Ich kann auch einfach in meiner Zelle bleiben. Alles, was ich dazu tun muss, ist die Steuerung und die Enter-Taste drücken. Dann kann ich also in der entsprechenden Zelle bleiben. Ich möchte jetzt hier meine verschiedenen Monate aufschreiben. Dementsprechend würde ich, nachdem ich das Ganze eingegeben habe, einmal die Tab-Taste drücken und dann komme ich in die nächste Spalte. Jetzt könnte ich hierher gehen und sagen, okay, ich schreibe Februar und drücke wieder Tab, um wieder eins nach rechts zu kommen. Es gibt allerdings noch einen leichteren Weg. Und dazu kann ich den Februar nochmal löschen mit der Entferntaste. Wir haben ja schon den Fill-Cursor oder den Ausfüllen-Cursor kennengelernt. Und wenn ich mich jetzt bei Januar hier nach rechts bewege, bis ich dieses schwarze Plus bekomme, dann kann ich einfach rüberziehen. Wir sehen, dass Excel hier in den kleinen Pop-Ups mir die entsprechenden Monate schon anzeigt. Ich könnte das Ganze jetzt zum Beispiel mal bis Juni hier machen und loslassen und dann wird das automatisch für uns ausgefüllt. Es gibt verschiedene Dinge in Excel, wo das mit diesem Fülloperator funktioniert und Monate sind einfach ein Beispiel dafür. Und da können wir uns extrem viel Zeit sparen. Jetzt könnte ich sagen, okay, in meinen Spalten habe ich verschiedene Monate aufgelistet. Wir haben oben ja aber den Umsatz nach Standorten und dementsprechend werde ich in meine Reihen hier ein paar verschiedenen Standorte schreiben. Ich kann also hier zum Beispiel mal beginnen, indem ich Stuttgart als ersten Standort schreibe und dann kann ich jetzt die Enter-Taste drücken. Jetzt möchte ich hier eine Zelle nach unten und kann dann mit dem nächsten weitermachen. In diesem Fall schreibe ich zum Beispiel noch Hamburg, drücke wieder die Enter-Taste, München und kann das Ganze so vervollständigen. Nehmen wir vielleicht mal noch Leipzig dazu und das reicht für unser kleines Beispiel hier. Ich kann, wenn ich einen dieser Standorte bearbeiten möchte, das Ganze relativ einfach tun, indem ich mich auf der Zelle befinde und dann die F2-Taste drücke. Wenn ich das mache, dann sehe ich, dass ich meinen Cursor ganz hinten habe und ich könnte jetzt hier noch etwas dazufügen. Ich könnte zum Beispiel sagen, das ist vielleicht ein gemeinsamer Standort oder ich möchte ihn einfach gemeinsam verwenden von Leipzig und Dresden und dann kann ich das so bestätigen. Wenn ich nicht die F2-Taste auf diese Zelle drücke, sondern einfach nur schreibe, das haben wir am Beginn schon gesehen, dann werde ich das einfach überschreiben, was hier drin steht. Also wenn ich hinten etwas einfügen möchte, einfach auf der Zelle sein und die Taste F2 drücken, dann bekomme ich meinen Cursor ganz hinten und kann das einfach und schnell bearbeiten. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich gebe meinen Umsatz für die verschiedenen Standorte an und könnte sagen, im Januar in Stuttgart, sagen wir mal 10.000. Das kann ich einfach so eingeben und würde jetzt wieder die Tab-Taste drücken. Sagen wir mal, ich möchte zuerst Stuttgart durchmachen und könnte vielleicht für den Februar 12.000 schreiben, könnte wieder die Tab-Taste drücken und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber ich habe in Stuttgart ab dem Februar immer 12.000 umgesetzt, dann kann ich auch einfach wieder den Füllen-Cursor benutzen, das Ganze nach rechts ziehen und so automatisch für mich einfügen. Dieser Füllen-Cursor funktioniert übrigens auch nach unten. Ich könnte das zum Beispiel hier einmal nach unten ziehen und dann wird das Ganze ebenfalls ausgefüllt. Ich kann hier jetzt noch die weiteren Werte ergänzen. Das mache ich einmal kurz mit einem Schnitt, sodass wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Bevor wir uns jetzt gleich noch anschauen, wie wir das Ganze ein bisschen formatieren können und ein bisschen vielleicht die Optik verbessern, möchte ich hier noch zwei weitere Dinge hinzufügen. Und dazu möchte ich noch einen weiteren Trick zeigen. Ich beginne hier einmal, indem ich meinen neuen Standort hinzufüge. Jetzt drücke ich die Tab-Taste, um nach rechts zu kommen und kann meine verschiedenen Umsätze einfügen. Ich kann also zum Beispiel sagen 8.000, 9.000, 7.700 und so weiter. Machen wir jetzt einfach mal so fertig. Und jetzt bin ich am Ende dieser Zeile angekommen. Wenn ich jetzt nach unten möchte, dann drücke ich normalerweise die Enter-Taste. Wenn ich das allerdings mache, dann springe ich einfach nur nach unten in die nächste Zelle. In meinem Fall, wenn ich das so ausfüllen möchte, wäre es ja schön, wenn ich einfach hier ganz nach vorne in diese Zelle springen würde. Das kann ich ganz einfach tun, indem ich den Bereich auswähle. Wenn ich also einen Bereich hier ausgewählt habe, dann kann ich immer die Tab-Taste drücken und wir sehen, dass ich meine verschiedenen Dinge bearbeiten kann. Ich kann hier also zum Beispiel nochmal ändern in 9.900. Und wenn ich jetzt einfach wieder Tab drücke, dann bewege ich mich einfach in die nächste Zelle im ausgewählten Bereich. Und in diesem Fall ist das meine nächste Zelle hier unten. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel Frankfurt eingeben, könnte wieder Tab drücken und könnte das Ganze weiter ausfüllen, so wie ich möchte. Um diesen Bereich zu verlassen, kann ich entweder die Escape-Taste drücken oder einfach eine Pfeiltaste, um hier eine neue Auswahl zu tätigen. Dann kann ich für diesen Fall jetzt vielleicht mal wieder den Füllcursor verwenden, um das Ganze zu vervollständigen. Und so einfach und schnell haben wir ein paar Daten in unser Excel-Arbeitsblatt hier eingetragen. Im Moment sieht das allerdings noch relativ unspektakulär aus und vielleicht sogar ein bisschen unübersichtlich. Und mit Formatierung können wir in Excel dafür sorgen, dass unsere Daten einfach schneller und leichter lesbar sind. Das Erste, was ich dazu tun möchte, ist diesen Titel hier oben, Umsatz nach Standorten, über meiner ganzen Liste hier zentrieren. Und dazu kann ich einfach alle Zellen auswählen, also in diesem Fall A bis G. Und dann finde ich im Menüband unter Start hier bei Ausrichtung diese Option mit dem Icon. Und das ist Verbinden und Zentrieren. Wenn ich das einmal auswähle, dann sehe ich, dass ich meine Zellen hier oben zusammenfasse und den Text innerhalb dieser Zelle zentriere. Ein wichtiger Hinweis, diese Option verwende ich sehr gern für Titel, gerade für solche Berichte oder auch Dashboards. Wir sollten das in der Regel nicht innerhalb unserer Daten verwenden, denn dort zorgt das meistens eher für Probleme. Also Verbinden und Zentrieren eine schöne Formatierungsoption, aber eher für den Titel ganz oben. Jetzt könnte ich hierher gehen und sagen, okay, ich möchte hier das Ganze noch ein bisschen weiter hervorheben. Ich könnte sagen, ich lege zum Beispiel eine Hintergrundfarbe fest mit einem Dunkelblau, verändere die Schriftfarbe auf Weiß und mache das Ganze fett, sodass es eben einfach ein bisschen mehr als Überschrift hervorgehoben ist. Ich könnte jetzt außerdem sagen, ich möchte meine Überschriften hier, also die Monate, einfach auch fett machen. Dazu kann ich sie einmal komplett alle auswählen und dann wieder auf Fett hier oben klicken, sodass wir das ein bisschen mehr als Überschrift haben. Ich könnte außerdem sagen, ich möchte hier unten noch eine Linie haben. Das finden wir auch bei Schriftart, etwas irritierenderweise mit den Rahmenlinien. Ich kann hier noch auf den Pfeil klicken und bekomme mehr Optionen und ich könnte zum Beispiel dicke Rahmenlinie unten auswählen. Wenn ich das mache und in eine andere Seite klicke, dann sehe ich, dass wir jetzt hier diese Linie haben. Ich kann Formate jederzeit übertragen. Wenn wir also zum Beispiel sagen, ich wähle meine Monate hier nochmal aus und wir verändern noch die Schriftfarbe ein bisschen, indem wir sagen, wir machen das Ganze in diesem Dunkelblau, dann kann ich dieses Format, also mit der fetten Schrift und der dunkelblauen Schriftfarbe, jederzeit auf eine andere Zelle übertragen. Ich muss dazu nur eine dieser Zellen auswählen und dann hier ebenfalls im Menüband unter Start diesen Pinsel mit Format übertragen auswählen. Ich bekomme dann dieses Pinsel-Icon und wenn ich auf irgendeine andere Zelle klicke, die dieses Format aktuell nicht hat, zum Beispiel Stuttgart, dann wird das Format hier angewendet. Ich sehe, dass ich jetzt hier die blaue Schrift, die fette Schriftart und eben auch diese Linie unten bekomme. Ich kann das Ganze auch für mehrere Zellen machen. Dazu muss ich nur diese Zelle wieder auswählen und einen Doppelklick auf diesen Pinsel hier machen. Wenn ich das mache, dann bleibt mein Icon und ich kann einfach mehrere Zellen anklicken, sodass ich eben alle meine Städte hier noch dementsprechend formatieren kann. Wenn ich diesen Modus wieder verlassen möchte, drücke ich einfach die Escape-Taste und kann weiter ganz normale Dinge auswählen und in meinem Arbeitsblatt arbeiten. Meine Tabelle sieht soweit schon ganz gut aus. Was ich vielleicht noch machen würde, ist hier für meine Städte auch eine Rahmenlinie rechts einfügen. Dazu kann ich einfach die entsprechenden Zellen auswählen. Ich gehe wieder hier in meine Rahmenlinien und schaue nach der Rahmenlinie rechts. Diese finde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht, denn ich möchte die dicke Rahmenlinie haben. Das ist aber kein Problem. Hier ist einer der Fälle, wo wir eben das komplette Menü brauchen und ich kann unten einfach weitere Rahmenlinien auswählen und kann dann genau angeben, was ich haben möchte. In meinem Fall hatten wir gesagt, ich möchte die Rahmenlinie rechts. Die kann ich hier also einfach einmal auswählen und dann möchte ich das Ganze noch fett machen und kann dementsprechend hier diese dickere Linie auswählen. Sobald ich das gemacht habe und rechts bestätige, sehe ich die Linie ist dick, kann ich einmal OK auswählen und habe das Ganze jetzt hier auch noch entsprechend abgetrennt. Wunderbar. Jetzt sehe ich noch, dass ich ein bisschen Platz sparen könnte, da meine Spalten eigentlich zu breit sind für die Zahlen, die hier drin stehen. Wir haben maximal fünfstellige Zahlen und ich könnte das Ganze so ein bisschen kompakter machen. Ich kann jetzt natürlich hergehen und jede Spalte einzeln anpassen, indem ich das so ein bisschen hin und her ziehe. Das mache ich allerdings noch einmal rückgängig, entweder mit Klick hier oben auf rückgängig oder mit dem Tastaturkitzel-STR-Z und ich kann stattdessen alle meine Spalten hier auswählen. Da die relativ ähnlich sind, kann ich sie einmal komplett auswählen und dann einfach bei einer beliebigen Spalte mit den ausgewählten Spalten hier nach links ziehen und alle Spalten werden jetzt automatisch genau gleich in ihrer Breite verändert, sodass meine Tabelle jetzt ein bisschen kompakter geworden ist. Jetzt schauen wir uns noch an, wie wir die Reihenfolge in dieser Tabelle verändern können. Denn es kann ja zum Beispiel sein, ich möchte die Daten von Frankfurt hier weiter oben haben und das Ganze in irgendeiner anderen Sortierung haben. Wir haben schon gelernt, wie wir Dinge bewegen können. Ich bewege mich also an den Rand, bekomme das Icon oder den Cursor mit den vier Pfeilen und jetzt kann ich das Ganze nach oben ziehen. Wenn ich das jetzt allerdings hier irgendwo loslasse, dann werde ich von Excel eine Warnung bekommen. Sehen wir hier. Und da steht, hier gibt es schon Daten, möchten Sie diese ersetzen? Das möchte ich natürlich nicht tun. Wenn ich das jetzt mit OK bestätige, würde mein Standort München einfach überschrieben werden. Ich kann das an dieser Stelle nochmal abbrechen. Wir können allerdings Daten einfach hin und her bewegen und dazwischen einfügen, indem ich eigentlich genau dasselbe mache, nur halte ich zusätzlich die Umschalttaste gedrückt. Also Umschalttaste drücken und dann nach oben ziehen. Und jetzt sehe ich, dass ich hier diese dünne Linie bekomme und sehe genau, wo ich das Ganze einfüge. Lasse ich die Umschalttaste los, dann sehen wir den Rahmen, also was ich ersetzen würde. Drücke ich die Umschalttaste, dann bekomme ich diese Linie. Und wenn ich das einfach zwischen Stuttgart und Hamburg einfügen möchte, kann ich hier loslassen. Und wir sehen, Frankfurt wurde nach oben verschoben und alle anderen Standorte sind eben eins nach unten gerutscht. Genau dasselbe könnte ich auch mit den Spalten machen. Hier macht es natürlich nicht besonders viel Sinn, da unsere Monate ja in der richtigen Reihenfolge hier stehen. Okay, wir sind fast am Ende unseres kleinen Crashkurses angekommen. Wir wollen das Ganze beenden mit einer Funktion, die man wahrscheinlich in Excel immer braucht und das ist die Summe. Ich habe jetzt ja hier eine Tabelle mit verschiedenen Dingen, die ich summieren kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, wie viel Umsatz habe ich im Januar insgesamt gemacht. Und das Ganze würde ich hier unten normalerweise einfügen. Dazu gibt es in Excel eine ganz einfache Möglichkeit. Ich befinde mich im Menüband Start und kann dann hier nach rechts schauen, wo ich dieses Symbol hier bekomme, nämlich Summe. Ich sehe, wenn ich mich mit der Maus darauf bewege, direkt auch das Tastaturkürze, nämlich Alt und das Gleichzeichen, das werden wir gleich noch verwenden. Jetzt möchte ich allerdings einmal einfach den Summenbatte anklicken und ich sehe, dass das automatisch für mich hier richtig erkannt wird. Nämlich die Summe aller Zellen darüber. Hier sehen wir jetzt die Bereichsschreibweise, die wir kennengelernt haben. Wir haben als Bereich für diese Summenformel B4 Doppelpunkt B9, also die Zellen B4 bis B9 einschließlich Ende sowie Anfang. Jetzt kann ich einfach das Ganze mit der Enter-Taste bestätigen und bekomme hier die entsprechende Summe ausgegeben. Ich könnte das hier direkt für Februar auch machen. Hier könnte ich jetzt das Tastaturkürzel einmal benutzen, also Alt und das Gleichzeichen. Das bedeutet Alt, Umschalt und die Null und dann wird das direkt für mich eingefügt. Auch hier richtig, der Bereich C4 bis C9 und ich kann das mit der Enter-Taste bestätigen. Jetzt, da ich das habe, kann ich auch einfach eine dieser Zellen nehmen und wieder den Füllcursor, also am rechten unteren Eck, kann das nach rechts durchziehen und bekomme für alle meine entsprechenden Monate die Summe. Ich kann jederzeit einen Doppelklick auf einer dieser Zellen machen und dann sehe ich, was hier genau gemacht wird. Wir haben diese Summe-Funktion mit dem entsprechenden Bereich, der übergeben wird. Alternativ dazu könnte ich auch das Ganze nochmal löschen und den kompletten Bereich auswählen und auch hier einfach Alt, Umschalt und Null drücken, also Alt und das Gleichzeichen. Und auch dann sehe ich, wenn ich eine dieser Zellen anklicke, bekommen wir genau das richtige Ergebnis. Als kleine Challenge vielleicht für dich, bevor wir am Ende sind. Du kannst ja mal das Video an dieser Stelle pausieren und versuchen, hier hinten auch jeweils die Summen für die verschiedenen Standorte anzugehen. Alles, was ich dafür tun muss, ist auch hier wieder Alt, die Umschalt-Taste und Null zu drücken für die Autosumme. Ich kann das Ganze mit Enter bestätigen und dann kann ich einfach das hier nach unten einmal durchziehen und bekomme die entsprechenden Summen hier eingetragen. Ich kann das nochmal überprüfen mit einem Doppelklick. Ich sehe, alles wird richtig addiert. Hier unten haben wir dann nochmal die Summe aller unserer Gesamtsummen zusammengenommen, haben also hier schon einen Datensatz, der die Umsätze für verschiedene Standorte nach Monaten auflistet. Wir haben das schön formatiert und wir haben die entsprechenden Summen gebildet, die das Ganze dann zusammenfassen. Das war unser Crashkurs zu Microsoft Excel. Ich hoffe, du konntest die Grundlagen schon einmal mitnehmen und verstehst jetzt, wie das Programm funktioniert. Wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr über ein Like. Natürlich konnten wir in dieser kurzen Zeit keinen Excel-Profi aus dir machen. Dazu ist die Software einfach zu umfangreich. Ich verlinke dir hier nochmal unseren Excel-Komplettkurs für Anfänger, der ein bisschen tiefer und genauer auf alles eingeht. Außerdem findest du auf unserem Kanal eine ganze Playlist mit Excel-Videos, mit der du wirklich zum absoluten Profi werden kannst. Also schau doch mal vorbei und lass uns ein Abo da.